Partner-Log mit Erstelle, Victorias Kleid – Schönster Tauflog Was für ein hübsches Mutter-Tochtergespann! Bei der Taufe von Gabriel, dem Sohn des schwedischen Prinzen Pascal Philipp, 38, und Sofia, 32, haben zwei Royal-Damen den kleinen Sprössling die Show gestohlen und zwar Viktoria, 40, und Erstelle, 5. Die beiden kamen im Partner-Log zu dem freudigen Event und sahen dabei einfach nur bezaubernd aus. Während Gabriels Mutter Sofia eine traditionelle Tracht trug, überzeugten Viktoria und ihr Töchterchen jeweils mit einem wunderschönen Gewand in Rot. Die Thronfolgerin trug ein zweiteiliges Kostüm in der Farbe der Liebe, mit dem sie alle Aufmerksamkeit auf sich zog – wie die Gala zu berichten wusste, war das Ensemble von Dior. Das Outfit der kleinen Erstelle wurde auf den Look der Kronprinzessin abgestimmt. Die Schwester von Prinz Oskar von Schweden, 1, hatte ein graues Kleidchen an, über das sie eine Strickjacke trug – natürlich in Feuerrot. Nur eine Prinzessin trug an dem Tag kein rotes Kleidungsstück, Gabriels Tante Madeleine. Die schwangere 35-Jährige entschied sich stattdessen für ein schimmerndes, geblümtes Kleid in rosa. Wer hatte den schönsten Look bei der Taufe? Stimmt unten ab.